Hallo? Leute, hallo? Niklaus? Perfekt. Ja, malt ihr auch irgendwann? Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu... Nein, wir fangen jetzt neu an, oder? Nein, wir fangen nicht neu an. Du meinst jetzt. Das ist wahrscheinlich Kacku. McDonalds ist geschlossen. Kick ihn jetzt raus. Ich kick ihn jetzt nicht raus. Im Bettsport. Oh Gott. Oh Mann! Mann! Die gute Wettwarze. Ich hab alles falsch geschrieben. Okay. Okay, ich hab eigentlich keine Ahnung, wie die aussehen. Fuck. Du darfst das Wort googeln. Hast du eigentlich mehr Zeit reingemacht? Nein, aber eigentlich... Mach mal mehr Zeit rein. Eigentlich sollte man ein bisschen wie die aussehen. Ist die letzte Runde. Wieso kann ich das nicht benutzen? Ah, perfekt. Die letzte Runde? Ja, danach machen wir... Nee, aber... Nein, aber danach machen wir erstmal wieder unseren Test weiter. Alter. Ich war ja so für die Zukunft. Na gut, dann sagen wir das dann und nicht jetzt. Entschuldigung. Die sehen ja komplett alles aus. Und das ist nur jetzt schon anspricht. Es tut mir leid, Alter. Okay, es ist ein... Was hast du bei der Frage beantwortet, ob du Pläne machen willst vorher oder nicht? Ja, aber sagen wir das doch nicht jetzt, wenn ich irgendwie 6 Videos hab. Was hast du geantwortet? Ich gucke in die Videos. Das ist kein Maulwurf. Was ist das? Oh Mann, ich bin halt so geistig zurückgeblieben. Das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Was ist das? Oh Mann. Nein, ich wollte gerade Wildschwein. Hundenschwein. Hundenschwein. Muss auch gerade sein. Dafür, dass ich nicht gegoogelt hab. Hundschwein finde ich schon sehr stark, muss ich sagen. Aber es hätte gepasst mit den Buchstaben, die wir hatten. Och Mann. Hundschwein, Alter. Mach das, ejes. Was ist das? Ja, kein Geld war. Hundschwein. Ah, f**k. Yes. Hmhh. Yes. Hm. 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 Huhnschwein. Hey, was soll das für ein Wort sein? Was? Oh man, Leonardo. Oh. Das ich mich so oft verschreibe, ne? Schware Sliphoch. Das ist ein Unwahr in Gussenbeere, oder? Schnauze. Vielleicht hätte ich dieses... Ich konnte mich halt nicht so richtig an dieses Bild erinnern, weißt du, dass die von einem gemacht haben? Äh, das war ziemlich gelb, oder? Ja, so sehr orange-mäßig, also... Ja, so orange-mäßig und... Das ist ja auch immer nur eine Interpretation von Messdaten und so. Ist das Fotograf? Ich hab wirklich ein Foto geschossen. Also schon keine, aber ja, also... Ja, ich weiß welches Bild du meinst. Das war echt cool, muss man sagen. Das war ein cooler Moment. Ja, das war doch was. Übrigens, wir haben unterschiedliche Arten von... Äh, äh. Aber wer das jetzt nicht erkennt, man. Das macht mich nicht schwach, Leute. Was ist das hier? Du darfst nicht reden, Marcel, ne? Ich mach mich doch nur über euch. Ich red mich doch nur über euch. Was? Als ob... Ach, Junge. Oh, ja, das ist ja auch richtig scheiße gezeichnet, Alter. Absolut nicht! What the fuck, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was ist das in der Mitte der Lupe, da, Alter? Zeitlupe! Das ist ne fucking Wanze oder so. Ist aber ne Viech, was groß ist. Hallor! Naaatürlich ne Wanze. Was auch sonst, Alter? Ja, irgendein Viech, was groß ist! Das dauert wie'n Fleck, einfach. Ich hab da nen Schläger gesehen die ganze Zeit. Ur plus Schläger, Alter. Ur Schläger. Ja, ihr seid nur auf Zeitspiegel gekommen. Nämlich krass gefühlt, wenn das richtig gewesen wäre. Oh Gott. Oh Gott. Was? Wird ja ein kleines Herz aus seinem großen Herz geboren. Oh nein, das kleine geht auch kaputt. Wait, what? Wie heißen diese Puppen, wo so immer mehr drin sind? Nee, es geht um englischen Begriff. Pst. Halt ehrlich, Alter. Du fragst dich sonst immer drüber ab, wenn Leute reden, Niklas. Oder helfen. Ja, dann geh ich halt. Nein. Okay, keine Ahnung. Brocken. Warte. Nein. Niklas. So schreibt man nicht broken, ne? So schreibt man nicht broken. Das war broken. So schreibt man nicht broken. Oh no. Oh no. Oh, Niklas. So. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Okay. Okay. Ja, der Fluch. Okay. Ist okay, wir haben genug Zeit. Bitte? Was? Ist Niklas gemutet? Nein. Ich weiß auch nicht, was abgeht. Okay. Ich bin hier. Was ist das? Wie kann es nicht Südafrika sein? Oh. Ich bin dumm. Oh Mann. Hä? Welches Land ist denn da unten? Ich, ich hab keine Ahnung. Südafrika. Hä? Asitini. Es soll nicht Afrika sein, ne? Ach so. Es sieht aber sehr afrikamäßig aus. Ich glaube, Afrika ist halt andersrum. Ja, okay. Wie andersrum. Südamerika. Ja, Afrika hat die Beule an der anderen Seite. Nee. Afrika hat doch links eine Beule. Ja. Als hat er halt so rechts eine. Nee. Auch links. Nee. Doch. Das ist ja nicht spiegelverkehrt, Alter. Mach mal einen Fall nach rechts, bitte. Marcel. Ich weiß einfach. Farsch mich nicht, Niklas. Geht im... Na. Yes. Was? Das kleine Biktaker Mensch an einem... Table, Alter. Das ist ein Stehtisch. Die sind gesund. Ja, was soll das denn sein? PewDiePie, Alter? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's, ich hab mein Bestes gegeben. Ich fand das gut. Ups. Okay, Neustadt. Warte, Neustadt. Ich komm nochmal rein, okay? Ich komm nochmal rein, okay? Ja. Oh Mann, Niklas. Aller, what the fuck? Da bin ich richtig scheiße wieder reingekommen. Okay. Oh Mann, ey. Wie hab ich das erwarten? Ich weiß es auch nicht. Oh Mann, Niklas. Ja, ich krieg das noch hin. Da gibt's ja aber auch keine Sicht, Alter. Komm doch mal rein. Okay, okay, weißt du... Das ist fünf Sekunden. Nö, achten, schnell. Es wird das besser. Wenn ich das nicht gesehen habe, Alter. Oh Mann, Alter. Marcy hat's gesehen. Marcy hat's gesehen. War auch eindeutig. Einfach stille. Ich geh auf Toilette, Alter. Okay. Na gut, ich würde sagen, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.